Angesprungen hast du ihn? So ein Quatsch. Ich springe keine Ärzte und keine Beamten an. Du springst alles an. Sogar Hydranten, weil du glaubst, es werden kleinwüchsige Männer. Für die nächsten 100 Jahre ist Ebbe. Keine Party, kein Trinken, kein Bumsen. Was ist Bumsen, Mami? Wir haben es für dich getan, Roberta, für dich. Und du hast es verdorben, wie immer. Meine Damen, wir haben eine neue Bachforelle. Ist für mich so eine Art Selbsthilfebruch. Für uns auch, Schätzchen. Wir wären alle nicht hier, wenn Johnny Depp zu Hause auf uns warten würde. Meiringer, wo brennt's denn? Sind Sie Arzt? Nein, Schlachter. Gackerhühner sind gerade im Angebot. Nicht mal ganz frisch, aber dafür... Ordentlich was dran. Nana braucht eine richtige Ausbildung, ja? Und sie braucht ein bisschen Motivation. Nana ist verliebt. Sehen Sie es nicht oder wollen Sie es nicht sehen? Wenn Sie meiner Tochter das Herz brechen, dann reiß ich Ihnen die Eier ab, Herr Tochter. Wir denken über eine Vormundschaft nach. Denken Sie mal lieber über ein neues Styling nach. Auch am Anfang. Aber da war. 2 N�. 5 N�. 1 N�. 2 N�.